hi leute ich begrüße euch hier auf weibers meerwasser zu einem neuen video hier auf meinem kanal und heute geht es sich um die korallensäge aus dem hause 3d ias das video steht unter dem auto eine säge unter 300 euro kann die was und wenn ja was und für wen etc pp legen wir los 3d ias ist denke ich mal mittlerweile im begriff die säge ist auch schon eine zeit lang am markt und was ihr im endeffekt dort bekommt ist das rahmen kit ihr bekommt im prinzip alles was notwendig ist um diese säge zusammenzubauen als rahmen was ihr dann allerdings noch braucht sind die elektroteile die müsst ihr euch in eigenverantwortung bestellen organisieren und vor allem dann anschließend auch zusammensetzen heißt im umkehrschluss das gesamte ding hier ist ein bausatz und aufgrund der tatsache dass ihr dann halt die entsprechenden sachen noch selber zusammenbauen müsst zusammen löten müsst einen entsprechenden schaltplan blende ich mal eben kurz mit ein an die hand bekommt um das jetzt hier zu realisieren ist das ganze diy und in eurer verantwortung im endeffekt grundsätzlich für alle elektroarbeiten solltet ihr jemanden da dran lassen der davon ahnung hat das jetzt mal so ganz allgemein als hinweis ob ihr das draußen tut oder nicht bleibt euch selber überlassen aber grundsätzlich sollte jemand drüber schauen der davon ahnung hat oder wenn ihr glaubt davon ahnung zu haben ist es in eurer verantwortung das rahmen kit beim benedict auf der seite kostet 174 euro und die entsprechenden zusatzteile die er noch braucht bestehend aus motor antriebsritzel zahnriemen sägeblatt dosierpumpe poti netzteil kabel und ein paar andere kleinigkeiten ist mit auf der seite aufgelistet da gibt es einen entsprechenden link zu einer excel liste oder ihr schaut hier unten drunter in der infobox dort ist auch ein link zu einer amazon einkaufsliste da sind die entsprechenden teile auch hinterlegt und zwar von patrick's reef der hat diese liste zusammengestellt und mir zur verfügung gestellt vielen lieben dank dafür ja heißt also ihr baut die entsprechende säge zusammen also als rahmen kit und gibt euch dann an die elektroinstallation wir haben hier im prinzip einmal eine dosierpumpe die dafür da ist um mir flüssigkeit also sprich salzwasser auf das sägeblatt zu geben zum kühlen wofür brauchen wir das ganz einfach beim sägen entsteht wärme die wärme muss dementsprechend versuchen versucht versucht zu werden abzuführen beziehungsweise runter zu kühlen damit keine schäden entstehen nicht am sägeblatt und nicht am tier was geschnitten werden muss ja das leidet schon genug drunter wenn wir schneiden müssen muss auch nicht im endeffekt auch noch verbrannt werden ja diese das wasser was er zu führen kann hier dann dementsprechend über die pumpe eingestellt werden wie viel wir dazu führen wollen und das wird direkt im oberen bereich hier an der säge an der oberen führung an das sägeblatt gebracht und somit kann das gesamte sägeblatt dann an der stelle an der schnittstelle direkt gekühlt werden dann haben wir noch ein zweites poti das im endeffekt dafür da ist um mir die entsprechende geschwindigkeit einzustellen die ich gerne hätte und das ganze ist auch stufenlos kann mir dann dementsprechend die geschwindigkeit einstellen die ich benötige für das entsprechende tier ich habe meinetwegen hier wie hier die goniopora die ich geschnitten habe die waren sehr weich da brauche ich keine hohe drehzahl da kann ich relativ relativ niedrige drehzahl nehmen wenn ich jetzt so sachen habe wie hier den akropora stein beziehungsweise akupora aus den ich gesägt habe oder die montipora sunset die ich bei mir im becken liegen hatte das war ja so ein handgroßer stein blende ich euch mal kurz mit ein ihr seht die geht da auch sehr gut durch eigentlich ohne probleme bloß der typ der davor saß also meine wenigkeit dumm stark und wasserdicht hat ein kleines bisschen zu viel druck ausgeübt also ich hätte mit ein kleines bisschen mehr geduld ran gehen sollen was da im endeffekt passiert ist relativ einfach wir haben hier an dieser säge ist ja mal so die so aufgebaut dass verschleißteile ohne probleme zügig ausgetauscht werden können wenn man sie dann verschleißt sowie meine wenigkeit als unwissender und da gehen wir jetzt mal etwas näher darauf ein also alle teile sind so aufgebaut dass sie ohne probleme großartig hier abbaubar sind so das erste was ich jetzt an verschleißteilen meine sind die entsprechenden führungen hier wir haben hier eine sägeblatt führung die kann ich rausdrücken das ist die erste und da mache ich mal ein separates foto von die ist schon ein kleines bisschen hat unter meinem einsatz gelitten weil ich zu viel druck ausgeübt habe ja ich bin ja sowieso ein ungeduldiger mensch und da war ich zu ungeduldig dann haben wir hier oben diese für die sägeblatt führung das ist das gleiche spiel dies aber zusätzlich noch gesichert von hinten da ist nämlich hier dementsprechend der schlauch der muss erst raus und dann kann ich die nach oben rausziehen so haben wir es und genau die ist im prinzip auch das ist der gegenpart so dass das sägeblatt sauber geführt wird wenn das zu sehr ausgeschlagen ist links oder rechts oder wie hier dann auch ein kleines stückchen zu weit nach hinten dann kann man diese beiden teile ohne probleme austauschen gibt es beim benedikt auch auf der seite ich glaube achter set etc aber er hat mir im endeffekt erzählt ja du bist einer der ersten der das kaputt kriegt seht ihr mal wieder was im endeffekt passiert hier die obere führung wie gesagt die ist durch den schlauch hier hinten gesichert und jetzt habe ich hier auf der rückseite habe ich mir meine meine üblichen klammern genommen die ich auch unten am akadem eingesetzt habe um die kabelführung hier sauber zu machen damit die hier mit ich hier platz habe so wenn der schlauch wieder drin ist so wie es sein soll bis vorne durchschieben dann ist hier diese obere führung gesichert dann kann ich die nicht mehr nach oben rausschieben so und das sind schon im prinzip die teile die ich austauschen kann die ich als unwissender sage ich jetzt mal relativ zügig kaputt gekriegt habe aber im endeffekt kein problem ist die tausche ich aus und dann ist die säge wieder hundertprozentig einsatzbereit hat eine saubere führung und ich kann damit wieder entsprechende schnitte durchführen also da ist definitiv ein bisschen gehirnschmalz reingeflossen meiner meinung nach wir haben hier auch auf der platte selber entsprechende bohrungen damit das wasser was dann von oben zugeführt wird dann nachher unten in den tank in dieses bucket abfließen kann und ich habe sie jetzt schon mal in der hand fangen wir an zu zerlegen wenn ich dann fertig bin mit arbeiten dann ist sie auch relativ einfach zu zerlegen und auch zu reinigen da muss ich mir auch keinen großen kopf machen dass ich da jetzt brauche ich hier schraubendreher sonst irgendwas nein ist gar nicht nötig das ganze lässt sich komplett werkzeug frei hier zerlegen so dass sie es auch sauberei ohne probleme reinigen kann raus mit dem schlauch dann habe ich hier oben habe ich zwei stellschrauben dran die dafür sorgen dass der motor auf positionen bleibt und hier diese aufnahme ist im prinzip so gebaut wir haben hier mal zwei höhenschrauben die sind dafür da um die entsprechende spannung vom sägeblatt einzustellen und wir haben hier auf der unterseite hier und hier entsprechende schrauben damit kann ich die neigung des rades hier oben verändern damit das rad hier drin sauber läuft so hier oben kommt eigentlich so gut wie gar kein dreck dran ihr seht selber daran habe ich auch gemacht und die restlichen teile hier die kann ich dann auseinander nehmen kann sie in spülbecken oder dusche oder sonst irgendwas reinpacken abspülen mit der bürste drüber gehen und hier haben wir den entsprechenden bucket wovon ich eben gesprochen habe wir haben hier eine abtrennung drin da kann ich frischwasser also frisches salzwasser zum schneiden reinpacken und wir haben hier den bereich wo dann im prinzip der schmutz aufgefangen wird wer das hier jetzt nicht nutzen will kann im endeffekt auch hingehen und den schlauch einfach in ganz normales behälter dran packen also sprich diesen ansaugschlauch hier in liter maß oder was auch immer reinpacken aber ansonsten könnt ihr hier dementsprechend flüssigkeit einfüllen dann haben wir hier hinten die in den entsprechenden zugang da steckte den schlauch einfach nur rein und dann wird dann aus dem entsprechenden reservat wasser entnommen und dann oben zur säge zugeführt in der menge die ihr an dem poti einstellt so zusammenbau umgekehrte reihenfolge auch total easy kann selbst ich einfach oben drauf setzen die feststellschrauben wieder handfest anziehen reicht vollkommen aus kabel einfädeln in meine vorgefertigten entsprechend aufnahmen hier link dazu gucke ich mal dass ich das mit runter in die beschreibung packe so dann brauchen wir den den schlauch hier der wird wieder von hinten eingesetzt damit da dementsprechend auch vorne die führung nicht nach oben raus rutschen kann im kabel soll den schlauch sauber verlegen also ich finde diese klammern echt praktisch ansonsten haben wir nämlich hier unten das ganze runter hängen hängt und sind weg so ist das ganze definitiv sehr gut aufge versteckt aufgehangen so dann setzen wir das blatt wieder ein und das ist jetzt der vorteil wenn es vorher richtig eingestellt war brauche ich das ja im prinzip nur wieder einsetzen die schrauben oben festmachen nehme mir meinen sägeblatt und setzt es wieder an zack und prüfe das auf freien lauf passt soweit und dann setzt sich die abdeckung und die sicherheitsblenden wieder drauf und habe die säge im prinzip ruck zuck wieder zusammengesetzt gereinigt für den nächsten einsatz kann ich so in die ecke stellen oder direkt weiter arbeiten wenn ich das möchte das dazu das ist im prinzip die säge die ich dann ist dafür den preis für den momentanen preis von 280 euro circa 280 euro bekomme jetzt habe ich im endeffekt noch die möglichkeit optionale sachen hinzuzukaufen also grundsätzlich das gesamtpaket so säge hier ist total funktionstüchtig 280 euro toppreis kann ich nicht anders sagen so jetzt haben wir noch die möglichkeit hier auf der vorderseite hier befindet sich eine aufnahme blende ich euch noch mal kurz mit ein eine lampe einzuhängen eine fotolampe also sprich eine lampe mit einem mit einer aufnahme für ein fotoapparat erkennt kennt das ganze wenn ihr licht braucht gibt es in verschiedenen farbenausführungen wie ihr das wollt der benedikt hat die lampe bei dem zusammenbau mit dabei könnt ihr dann dementsprechend ja euch da in dem video mal anschauen ob ihr das braucht oder nicht entscheidet ihr ist optional so die nächste option ihr habt ist hier hinten ein bisschen mal ein tisch anzuhängen ein freck table da könnt ihr eure frecks drauf packen eure plaks hier hinten habt ihr eine möglichkeit dementsprechend sachen zwischenzulagern eure tuben werkzeuge und hier unten drunter ist eine auffangschale damit dann dementsprechend wenn man die korallen abtropfen können flüssigkeit abtropfen kann oder kleber oder was auch immer könnt ihr einfach hier hinten dranhängen damit könnt ihr die entsprechende säge noch ein kleines bisschen erweitern jetzt sagt er natürlich ja das kostet wieder extra müsst ihr selber entscheiden ob ihr das braucht oder nicht ich finde es sehr praktisch ich könnte aber auch ohne um es ja extra dafür entworfen so kommen wir jetzt mal zu dem punkt wer braucht so eine säge und wer kann was damit tun also grundsätzlich der hobby aquarianer bekommt hier für sein geld definitiv eine sehr gute funktionstüchtige säge die in meinen augen auch garantiert ziemlich lange halten wird kugellager achsen etc ist alles sehr hochwertig gemacht und ich habe es im endeffekt habe ich den benedikt auch gefragt wie lange da jetzt an dieser säge rum konstruiert hat und er ist tatsächlich ist glaube ich schon ein oder anderthalb jahre ist er dran und hat immer wieder irgendwelche sachen die halt noch aufgefallen sind da könnte man noch eine kleinigkeit machen und 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 also seine säge die er tatsächlich momentan immer dabei hat ist immer die gleiche säge und ist immer noch die säge der ersten generation die ersten kugellager etc pp also passt alles die kugellager die hier übrigens eingesetzt sind das sind glaskugellager jeweils zwei pro achse als vorne als hinten und vollkommen wachtungsfrei müsst ihr euch nicht darum kümmern ganz normal beim reinigen einfach abspülen gut ist also kein problem ja ich sehe so eine säge aber auch im einsatz ich sag erstmal einem normalen fachhandel der hier und da dann schon mal import bekommt und was klein sägen muss auf einer farm würde ich würde ich sagen nee nee denke ich nicht allein ausgrund der tatsache dass das auf farmen ja hier und da dann auch schon mal sehr viel größere tiere kommen kommen wir hier mit der mit der höhe von 100 millimetern vielleicht nicht hin aber im normalen handel da haben wir dann mal was zu schneiden kein thema und wie benedikt mir auch bestätigte hatte tatsächlich hier und da auch kunden hätte ich jetzt nicht gedacht tatsächlich war ich echt überrascht und gesagt doch wir haben haben tatsächlich fach geschäfte die diese säge haben und damit arbeiten und das auch schon über längere zeit hören sagen jetzt vom hersteller ja also ich selber habe es noch nicht gesehen aber ich gehe davon aus dass das passt das was ich jetzt hier mit der säge gemacht habe hat sehr gut funktioniert mal abgesehen dass ich mich noch so ein kleines bisschen damit einarbeiten muss ich tausche die entsprechenden teile aus damit ich wieder vernünftig damit arbeiten kann und dann passt das auch soweit also ich denke diese säge ist definitiv für den ganz normalen hobby aquarianer absolutes gold wert weil wir haben hier und da immer schon mal tiere die man nicht ganz normal also nicht mit dem dremel oder mit einer korallenzange bearbeiten kann und vor allem dremel ist auch immer eine riesen schwannerei hier ist das mal wenn wir sie aufstellen tisch muss natürlich abgedeckt werden spritzt immer ein bisschen was daneben aber beim dremel haben keinen schutz oder sonst irgendwas also da ist definitiv diese säge hier um längen besser und wie gesagt preis leistungstechnisch kann ich eigentlich nur sagen absolut top ich glaube ich habe mich wiederholt ja ja in diesem sinne kurz und knackig war es hoffentlich und bedanke ich mich bei euch für eure aufmerksamkeit und lasst ein däumchen da bitte schön und in diesem sinne schönen tag abend oder nacht oder wann auch immer dieses video geschaut bis zum nächsten mal ich zähle auf euch euer viper